Black Ops 2 Waffenspiele Jo, dann komm zurück bei einer Folge Black Ops 2 Waffenspiele Hallo Hier ist dieser Turbo Boy 2000 Wo bist du? Hier! Er ist einfach hier Du wurdest nicht erhöht Weil du geneift hast Ja, cool Nein! Ich wurde erhöht Muss ich dich neifen? Darfst du nicht Doch darf Ich hab jetzt verboten Nicht Ich hole ihn einfach Ja! Das geht doch gar nicht, du Hacker Du Hacker Soll ich dich neifen? Wenn du ihn hinkriegst Wenn du ihn hinkriegst Ja, er erneift einfach 5 Meter vor mir Best knife of the world Ich weiß jetzt, dass ich das Spiel verlieren werde Nein! Nein! Ich hab ihn geneift Ich glaube diese Runde wird 2 Jahre gehen oder schon Wegen? Komm daheim! Ja, weil du mich die ganze Zeit knifst Neifen ist schön Neifen ist doof Das mag ich nicht Du machst die ganze Zeit Ja! Was war das für ein Name von mir? Das ist das einzige An Black Ops 2 das ich nicht gut kann Waffenspiel Das kann ich echt nicht gut Dafür kann ich alles andere besser Spawnt er Ja! Was ist das? Oh nein! Das ist so die Kacke Soll ich dich nochmal neifen? Ja, wenn du dich traust Jetzt hättest du mich neifen können Selbst schuld Ich möchte aufsteigen Ja, er neift einfach wieder Läuft bei dem Oh nein! Da werd ich grad zornig Oben Eben, tot von oben Ich sag's dir Jetzt geh ich auf Strategie Jetzt kriegst du mich nicht mehr kaputt Was war das? Knife kill Ja, super Das hab ich auch gemerkt Das hab ich am eigenen Leibe gespürt Ich komm wieder von hinten Von hinten Das check ich nicht Wie kann man den ganzen Tag von hinten kommen? Ok, jetzt spawnt er wieder von vorne Kommt aber wieder von der Seite Nein, ich komm Nein, ich komm Ich geh ab dran Tunte Ja, er läuft mir da irgendwann nach Selbst schuld Jetzt spawnt er wieder von hinten Das war klar Wieso heißt er das immer? Wieso? Wieso? Ja, ich denk' du kommst einfach her Ja, kommst du nicht Aufgerissen Jetzt hab ich's gewusst Jetzt hab ich's gewusst Seit du zurückgelaufen bist Ja, das ist jetzt einfach Automatisch Das hab ich nicht gecheckt Hab ich nicht gelesen mit was ich jetzt spiele Mit was spielst du? Skorpion Evo Der stirbt doch einfach mal Das gibt's doch nicht Ich hab dich getötet Das war guckt Was ist das? Oh nein, oh nein Ich hole auf Er kommt von hinten Keine Chance Und hier haben wir einen Gleichstand Komm, schau nochmal raus Riskiere einen Blick Ja, er rennt einfach Wie er da ist Ja, wo hockt er denn? Ich hasse das Wenn er einfach irgendwo hin Hin Und dann ich nichts mehr sehe Ich höre nichts mehr Ich sehe nichts mehr Dann muss ich einfach zuweinen Nein 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 Ich muss ja mal gewinnen Und heute nicht Das weiß ich zu verhindern Was? Das weiß ich zu verhindern Das wird niemals passieren Aufgeholt Wie geht das? Ich bin ein MLG Pro Jetzt ist er im Vorteil Nein Nein Das wird es nicht geschaffen Das wird der Missglück Komm Er kommt Oh Das war Arsch knapp Das war Nice Oh nein Er steht einfach runter Nein 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 Ja Nein Was ist das für ein Kack-Sniper Mit der spielt immer Der Sergeant Nicht dich In Fall Liegest Ah meine Lieblings Waffe Nein Ich warne dich. Ich habe dich geahnt. DSR! Die ist auch akzeptabel. Hey, komm rein! Nein. Es kommt einfach von hinten. Ah, du kleine Junge. Kommt einfach. Wieso hast du noch Punkte? Ja, mir hat sie einfach um eine Waffe zurückgesetzt. Das machst du schon die ganze Zeit. Aber nicht, wenn ich dich neife, oder? Doch, immer noch. Hä? Jetzt deskaliert es gleich wieder. Ich weiss es genau. Jetzt schreit gleich nach Sascha. Unglaublich. Was war das? Du hast immer noch die SVU? Ah ja, du hast ja geneift. Ja, was ist das? Ich muss mich konzentrieren. Ich muss auch holen. Der Zoom. Oh ja. Er kommt einfach. Er kommt von da. Ja, er kommt einfach von da. Ja, neife nicht. Das ist nicht klar. Ich neife nie. Das ist doch dumm. Wunder. Trau dich. Trau dich jetzt. Du hast dafür bezahlt. Du hast dich getraut und dafür bezahlt. Wunder du. Jetzt. Hör auf zu wechseln. Ja. Demütigung. DSR, bitte. Komm da einfach. Und der gewinnt natürlich. Ich wusste es. Genau. Und ich wollte gerade auch schiessen. Das wird jetzt lustig. Weil jetzt hat der Nesmav. Schaut. Gib dem Nesmav und der gewinnt. Die Waffen braucht man einfach nicht. Ja, super. Schön anladen. Mal mich treffen. Ja, ist gut. Wurdest du auch zurückgesetzt? Wurdest du es zurückgesetzt? Wurdest du es zurückgesetzt? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Komm drauf. Ja. Endlich. Der Pro ist zurück in mir. Du stirbst einfach nicht. Das geht nicht. Du stirbst einfach nicht. Wo ist die hingeflogen? Ambrost! Ah nein, er ist wieder im Haus. Im Raum. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Er probiert. Jetzt eif ich dich. Gegen Ende eif ich. Warum hat die nicht getroffen? Ja, ich wurde weiterbefördert. Ja. Ballistikmesser. Jetzt kommt das Ballistikmesser. Jetzt habe ich recht bekommen. Wo bist du? Ich weiss, wo du bist. Schaut, ich habe verloren. Also Leute, bis zur nächsten Folge. Tschau. Tschau. Nach dieser Killcam. Hochmeno. Zack. Tschüss. Wir lassen uns für alles.